Ja moin moin meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen und ich begrüße euch natürlich heute für eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! wollte ich jetzt sagen. Nein, Naruto The Broken Bond. Naruto ist schon ungeduldig, das erkennt man an seiner, naja Körperhaltung würde ich es mal nennen. Und ja, wir haben ja das letzte Mal gegen den ein oder anderen Yonen gekämpft und ja, ich hatte ja auch einen Aufnahme-Cut gemacht, also wir spielen heute weiter. Und ja, wenn ich mir mal meine Lebensanzeige da oben anschaue und dann mein Beutelchen, dass ich nur noch Chakra-Pillen habe und keine, ja, Gesundheitstabletten. Ja, einen besseren Start können wir eigentlich heute gar nicht anfangen. Und ja, ich bin mal gespannt, da wir ja eigentlich noch nahezu gut am Anfang sind. Was ist denn das? Hier sind überall solche Münzen, aber wie soll ich denn da hinkommen? Wartet mal. Da, guckt mal, kennt ihr den noch aus der ersten Season, also aus Rush of the Ninja? Hier wird auch gefakt, hier wird gleich mal richtig harter Waldboden gefakt, okay. Ich sage mal, Laub dürfte es eigentlich auch nicht geben. Es ist zwar jetzt gerade so ein wenig, aber das ist eher der Sonnenuntergang. Ja, mir regnet einfach mal. Ja, stimmt, Alter, wieso können wir uns nicht einfach vertragen? Okay, an uns lag es ja nicht, das lag ja an den anderen. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Ionen nochmal... Ah, die will ich natürlich auch noch haben. Dass ich hier irgendeinen Ionen nochmal in die Arme laufe, da habe ich nämlich keine Lust drauf. Okay, hier hinten kommen wir anscheinend noch nicht hin. Da hinten ist eine Münze und... Ja, die will ich mal noch haben. Ach so, das ist unser kleiner perverser Freund mit seinem Porno-Häftchen. Nein, komm, wir gehen jetzt einfach mal hier hinten weitermachen. An unsere Mission Hiraya, der entspannt sich ja mit ein paar Mädels hier im Badehaus. Finde ich nicht nett von ihm. Was ist das, Shigamaru? Oh, okay, das ist natürlich eine gute Hilfe. Was ist das, was ich hier in der Arme? Was ist das, was ich hier in der Arme? Was ist das? Was ist das, was ich? Was ist das, was ich nicht immer noch das Zeitgeist? Das ist das, was ich. Ich habe gerade, ich habe jetzt einen Job mit dem Eltern. Ich habe gerade diese Arbeit gemacht, weil ich auch ein paar Jahre herbekommen. Ich habe jetzt einen Job, weil ich jetzt einen Job machen kann. Ich habe das, was ich jetzt noch ein paar Jahre altes. Und da? Was ist das, was du hier im Badehaus? Ich bin auch Nimmu. Ich bin ein kleiner Herr, oder? Naruto! Hast du gesehen, diese Frau? Das ist eine perfekte Linie für meine Erinnerung. Ich bin ein kleiner Herr, oder? Ich bin ein kleiner Herr, oder? Ich bin ein kleiner Herr. Das ist ein kleiner Herr. Ich bin ein kleiner Herr, oder? Ich bin ein kleiner Herr, oder? Ich bin ein kleiner Herr. Ich bin ein kleiner Herr, oder? Ich bin ein kleiner Herr, oder? Was ist das Nein, bitte nicht. Oh nein, Alter, er wird uns so hart jetzt geben, Alter. Ich habe gar keine Chance gegen ihn, Alter. Okay, wir müssen uns jetzt richtig Gas geben, weil wir haben keinen Held. Ich muss mal sagen, das mit der Tastenkombination ist wesentlich besser. Maki, Bäm, Alter. Oh, fuck, Alter. Okay, jetzt ist es auch schon... Nein! Boah, und noch ein Heap und wir sind weg. Ja, was willst du machen, Alter? Ich habe keine Lebensbalken, Alter. Ist doch scheiße. Neuversuch. Fuck, Mann. Ich brauche unbedingt Gesundheitspillen, ey. Komm, überspringen wir jetzt einfach mal. Oh, was? Kann ich das nicht ganz überspringen, irgendwie? Fortsetzen. Leck mich da am Arsch. Okay, wir müssen uns jetzt mehr anstrengen, damit wir jetzt nicht drei Jahre hier an ihm hängen, ja? Ich brauche unbedingt Nahrungspillen, ey. Oh, das ist aber nicht richtig überspringen kannst, das Gespräch. So, auf ein neues. Bäm, Alter. Ich muss mal sagen, aber das Schattendoppelgänger-Jutsu sieht schon wesentlich stylischer aus, als beim ersten Teil. Yes, Alter. Bäm. Komm, wir müssen ihn gleich wieder hart geben. Ja! Oh! Nein, Alter. Nein, nein. Oh, komm. Nein, nein. Nein! Oh, das darf jetzt nicht wahr sein. Oh. Okay, jetzt. Wir brauchen ganz dringend eine Nahrungspille. Hm, das ist auch hier. Oh, das ist auch hier. Das stimmt allerdings. Frauen, naja. Ich möchte mich mal lieber nicht dazu äußern. Es gibt solche und solche, sag mal mal so. Ja, okay. Ich möchte mich mal sagen. Ich bin ein Mann, eine Frau. Ich bin in meiner Meinung, und ich glaube, dass ich mich selbst in der Meinung bin. Ich weiß es, was ich weiß. Na, wie soll ich das? Ach, okay. den laden halt auch ich gucke euch mein lebensbeginn das ist so unfair okay wir laufen jetzt erst mal mit shikamaru hier rum weil ich ja mit nach utama gar nichts reißen kann wenn der so geschwächt ist was ist hier los die weiss genau was der perverse remit für schmutzige fantasien hat der böse schroff ich muss unbedingt kaufen LB, ja, mach mal. Und nun? Achso, okay. Dies ist dein Inventar. Hier kannst du wählen, welche Schriftrollen du ausgerüsten willst. Ja, außerdem kannst du hier einen Überblick über deinen Reis und Goldmünzen und Waffen verschaffen. Okay. Ist mir eigentlich gerade alles sowas von egal. Ich muss mal sagen, dort oben ist mein Portemonnaie. 540 haben wir und wir können gerade mal 2500 tragen. Wir haben Kapazität, Portemonnaie-Kapazität, das ist hart. Okay. Ich möchte ganz dringend Nahrungsbild kaufen. Schachtel Pralinen, Alter. Ich will Nahrungstabletten, bitte. Komm, mach mal. Oh, da, Pillen, Alter. Nudelsuppen? Äh, eine, äh, ja, Mahlzeit. Nudelsuppen stellt die Gesundheit des gesamten Teams wieder. Ja, nee, ich will erst mal Nahrungspillen. Äh, ich nehm gleich 10 Stück, Mann. Komm, hau rein, dat Gelump. Wie viel Cola haben wir noch? Äh, mehr kann ich mir nicht mehr leisten, okay. Kraftpillen. Kraftpillen haben wir auch. 150% Stärkung. Hammergeil. So, nachu doch. Ich muss erst mal eine Nahrungspillerei hauen. Mach mich ja voll. Okay, die hat mich nahezu voll gemacht. Okay, Pralinen haben wir auch. Okay. Es geht wieder voran, meine lieben Zuschauer. Oh, da haben wir ja natürlich mit Chico Mario nochmal gratis so Glück gehabt, dass wir den Kampf natürlich gewonnen haben und nicht noch auf neue machen mussten. Oh mein Gott. Oh, mit Herzchen. Okay, die ist auf jeden Fall mal anspruchsvoll. Okay, die ist auf jeden Fall mal anspruchsvoll. Oh, okay. Äh, finde die Lieblingsblumen der Frau. Okay. Da müssen wir natürlich jetzt uns erst mal hier umschauen. What the fuck? Was war das jetzt gerade? Ich kann mit denen hier... Ach so. Äh, den. Ah, guck mal an. Äh, hä? Okay, das ist nice, Alter. Da muss ich jetzt hier das... Oh, ich sehe gar nichts. Oh, oh mein Gott. Ich komme mit meinem langen Pullermann. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ich dringel dich ein. So, und... Okay, das ist mal abgefahren, dass ich jetzt die Jutsus der Teamkameraden nutzen kann, um mir neue Gebiete zu... oder Gänge frei zu schaffen für neue Gebiete, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Was ist das hier? Ein kaputter Hebel, okay. Ah, jetzt kommt das wieder hier. Ah, jetzt muss ich dahinter, okay. Äh, wenn du ein Team aufteilen möchtest, dann tippe oben zweimal an. Okay, und noch? Äh, bleib mal hier. So, jetzt bleibt doch Nahudo. Äh, du mieser kleiner Spinner, Alter. Also das mit den Jutsus, äh, mit den Tauschner wieder nicht verstanden. Okay, jetzt, der bleibt schon mal da, okay. So, und jetzt muss der wieder machen. Äh... Okay, also machen wir... Warte mal, so. Jetzt muss ich zweimal so machen. So, bleib da. Und jetzt... So, jetzt muss er da bleiben, oder? Okay. Jetzt haben wir es. Okay, jetzt muss... Das müssen wir uns natürlich merken. So, okay. Wir haben es Rätsel gelöst. Das war zwar nicht so schwer. Ich glaube, man eher das... Äh, komm wieder her. Äh, ja. Äh, was? Ach so, wir müssen wieder... Wir müssen wieder hier mit unseren langen Füßler... Oh, oh. Ich hoffe, wir haben einen richtigen Weg. Ich sehe nichts. Nein, nein. Umdrehen. Direkt, nein. Oh mein Gott. Da, deine Münze. Gib die mal her. Okay. Müssen wir jetzt... Oh, 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 oh. Hier rein. Da, da, da. Griffel, Griffel, Griffel. What the fuck? Okay, hier kommen wir noch nicht hin. Kann ich das irgendwie abbrechen? Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich es abgebrochen habe, aber... Äh, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwas aktivieren. Okay. Warte, Naruto. Okay. Okay. Okay, und das machen wir alles beim nächsten Mal. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Entscheidet auch morgen wieder ein und dann sage ich, haut es rein und bis zum nächsten Mal.